Hallo, mein Name ist Walter und ich bin selbstständiger Vater. Ich meine Schauspieler. Beides so ein bisschen. Um Arbeit und Erziehung unter einen Hut zu bringen, habe ich jetzt diesen Blog ins Leben angerufen. Oder Flock oder wie man das nennen darf. Also ich will andere interessierte Menschen an unserem Leben ein wenig teilhaben lassen. Themen werden sein, kochen und jetzt gibt es eine Pasta Arabiata. Spielen. Jetzt lassen wir auch. Sport. Und Erziehung. Würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Bis dann. Tschüss. 20 20 21 22 22 23 27 45